Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 4 von Loudout. Ja, wir konnten es uns mal wieder nicht nehmen lassen und wollten mal nochmal eine Runde zusammendatteln mit dem lieben Moskito. Hallo, hallo. Aber Part 4 passt bei mir nicht ganz. Das ist für mich keine Ahnung. Genau. Wäre jetzt ein Grund für euch mal auf den gemeinsamen Channel Shamos LP zu gucken. Da laufen die nämlich auch, die LPs. Da könnt ihr das dann aus der Sicht vom Moskito sehen. Ja, jetzt sucht ihr noch mal Spielern. Wahrscheinlich ist keiner mehr online, weil die Kitties alle im Bett sind. Ist in einer Cheater online. Ich muss mal langsam meine Dinge ausgeben. Meine Rubbles oder Rules oder Rubbles oder wie die heißen. Ich habe schon wieder 13.615. Aber ich habe schon das maximale, was ins Gewehr reinpasst, schon gekauft. Der Rest ist alles für Echtgeld. Wurde auch noch nicht freigeschaltet oder weiß der Humbug. 18.000 und ein paar zerquetscht habe ich. Ui. Suche nach Spielen. Ah, sind da noch ein paar arbeitslose Wache. Ja, wunderbar. Wieder mit dem Spiel drin. Ja, es hat sich schattert. Oh, Mann. Jetzt muss ich ja wieder deinen Arsch versäuen. Er hat den vollen WD-der Arsch versäuen. Da ist er doch schon wieder, Alter. Ah ja, komm. Die wirkt aber ganz schön lange nach. Die Feuerkanone, was? Ist absolut geil. Letzte Müll. Schrott. Control Point A ist capturiert. Scheiße. E-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. E-t-t-t-t. Weisschleichen. Ah, Mann. Ah, diese Scheiße. Wand, an der man festhängt. Ist deine Kanone trotzdem noch stärker wie meine? Keine Ahnung. Meine Fresse, ey. Ich habe nur gerade gesehen und ich deinen Namen aufblitzen sehen wollte, gerade zielen. Ich habe heute eben so eine kleine Laufbehinderung in dem Spiel, die glaube ich immer vor die Wand hängen dann fest. So wie immer. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Lame Guy, Lame Gay würde ich sagen, heißt er ja, Lame Gay Was machen die Spinner da oben alleine? Wir nehmen gerade auf Der Dirk Verbrenne, du Sau Jetzt knicken Kann meine Waffe nicht wechseln, kann ich überholen die Bilder Befällt schon der halbe Unterarm? Nicht Ah, schmitter Granate Alter, heute weiß ich nicht, irgendwie laut aber am späten Abend ist für mich überhaupt nichts Nicht so schlecht Kontrollpunkt A ist capturiert Your team is closing in on victory, the enemy is now halfway to victory Oh, ich möchte nicht beim Schießen hingehen Irgendwann wieder treppen Verbrenner, du Sau Ganz schön overpowered, ey Ich? Keine Ahnung, war irgendwo so eine fette, eine fette Tanze Gewinner Ah, du Verlierer Ganz tolles Kino, riesengroß Supergeil Ja, wolltest du eins dranhängen, oder? Natürlich Level 8 Das hat doch schon ein paar mehr Games vorgezogen, ne? Wenn du jetzt schon 8 bist, ich war ja eher auf 7 als du Tja, fand nix von nix, ne? Man muss ja ein bisschen was Ein bisschen was reißen was die Es ist 20 5 6 7 9 10 13 15 Ja, genau. 3 gegen 4. Passt schon. Der Tschecher hat sich verpissed. Jetzt ist es wieder 4 gegen 4. Dann sagen wir, hallo. Party? Party-Knaller? 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 Passt! New control-point. Activated. Naja. Oh, der ist nicht einer gestorben. New control-point has been captured. Score posted. We are in the lead. Die scheiß Feuerkanone, die regt mich so auf, ey. Das ist wieder einmal mit Schrocken, wo ich direkt vollzieht und direkt wieder rauskommt. Ape control-point has been lost. Ape control-point has been lost. Ah ja, hier ist er, die Abgrundscheiße. Oh, vergass. Oh, mein Gott. Ich muss meine Knache nachladen, verdammte Hacke. Die scheiß Knarre, dauert zu lange. Ich muss mein Magazin ändern. Ich muss ein besseres Magazin kaufen. Das dauert einfach zu lange mit dem Nachladen. Deine Haltung hat mir noch eine Stulle geschmiert und den Ranzen vollgepackt. Wo werde ich denn beschossen, ey? Boom, boom, gunner, boom, boom, gunner, boom, boom, gunner. So eine scheiß Granate erwischt. Ich komme, Pussis. Nein, Quatt, Alter, was da an der Flagge los ist, Alter. Du siehst nur noch Fleischfetzen umfliegen. Alter Verwalter. Ach, da fliegt man ja runter, ey. Das ist ja ekelhaft. Ich hasse das. Ach, da fliegt man. Oh Ah, beide Apparate leer. Wer hat mich denn jetzt schon alleine getroffen? Wer hat mich denn jetzt schon wieder an den Weg gemacht? Gag! Körner! 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 Unfurchtbar! Unfurchtbar! So eine Sau! Oh! Hallo? Ich komme jetzt noch von hinten. Verdammt, Stammtanz, renn hart im Arsch. Ich bin jetzt schon wieder gelandet. Ey, 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 ey. Yoo-hoo! Hieronymus! So ein Heilstrahl wäre mal geil. Aber mehr von diesen Heilcontainern wäre auch mal geil. Ja! So, ja! Ah! Oh! Ja! Das ist doch so geil, Alter. Jetzt noch mal ein zweifach, dann muss der Verlade kommen, wobei die Lüge zusammenkommen ist. Perfekt! A control point has been captured, 3 captures remain. New control point, activated. Huh? Hmm. A control point has been lost. New control point, activated. Ach, wurde von so einer scheiß Granate getroffen. Fick dich. Ja genau, Alter. Weil der da alles wegrotzt. Und schuldig du da. A control point, captured. Two captures remain. New control point, activated. Hey, 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 hey. Was ein Fist. Ah! ja 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 Das war's für heute. Ich weiß nicht, muss man da noch irgendwie einstellen oder was? Na, ist eigentlich vor eingestellt. Mann! Ich bin total verkokelt, Hauptsache der Affrom sitzt. Ein Kontrollpunkt hat verloren. Das Gegenteil hat noch drei Kapte. Ja, Alter, du suchst hier dieses ver-fuckten Heilpaket. Ja, du suchst hier... ...und sonst, ey. Nein. Alle Kontrollpunkten haben gelöst. Der Mann hat sich jetzt um die Schupe gewonnen. Wenn Sie nicht sagen, nein... Was? Unternehmen schieden Sie einfach gut! Ich bin ja ganz rechts. Die kokelnde Fleischwurst. Oh man, ja. Hatten wir auch jetzt auch nicht entschieden. Hatte ich auch noch nie. Ja, dann würde ich sagen, wir enden mal den verkokelten Partner an der Stelle. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.